Und das Rennen ist jetzt gestartet, Platz 9 oder 10. Schildkröte! Schildkröte! Die Brötchen müssen gerettet werden! Schildkröte! 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 Wir freuen uns auf die Brücke im Ockenbrühen. 1 Minute 36, 1 Minute 36. Bei Warnke, da war es für euch eine neunte Platz und Platz 10 mit der Zeit von 1 Minute 39. Also ziemlich knapp 1 Minute 39 für die DAA. Vielen Dank!